Filmbike und Tour Die etwas anderen Perspektiven Dynamik live Von Ottmar Hitzfeld Gebotschaftet an Olli Kran Immer weiter, immer weiter kam der eine Spruch Der andere Spruch kommt von Mr. Wynn von filmbike.com.tv No limits for more human rights For more human moments World wide For a better planet For a better nature Impulse dort schaffen An den Orten An denen man sie nicht vermietet Nein, nicht vermietet Nicht vermutet Freud'sche Versprecher Eingeschlossen Unterwegs Mit den Hammermomenten des Lebens Die etwas anderen Perspektiven Öfters mal Am Geschehen des Lebens Heute komme ich von einem Kongress Mit weltweiten Managern Die meinten Wo ist denn mein Filmbike? Das ist hoch gesichert Ich hatte ja meinen George W. Böhm Nicht dabei Der da drauf wacht Denn des Öfteren Bei längeren Reisen Wurde schon versucht Dieses Fahrrad sich anzueignen Je mehr Gipfel dieses Fahrrad bereist hat Umso interessanter scheinbar ist es Je hochkarätiger die Präsidenten Die Vorstände die platziert sind An dem Bike Je bekannter sie sind Umso nachgefragter ist das Bike wahrscheinlich Warum auch immer Sie merken wahrscheinlich den Wert Die Leute Aber zurück Zu den Kontakten Und dann fragte Eine Vorstand mich Wie lange dauert denn das eigentlich schon Was sie so tun? Sag ich Her 12 Jahre Aber Randkrankheiten Wie Parkinson Gendefekte Kinder Parkinson Und dergleichen Alzheimer eingeschlossen Und so weiter Ist scheinbar Nur Weil man tendenziell davon ausgeht Dass es im Alter kommt Nicht von Interesse zu verfolgen Aber Mittlerweile ist es so Dass junge Richter Anwärter In Deutschland Richter Die fertig sind Mit ihrem Studium Mit ihrer Ausbildung Auch Erheblichst Davon tangiert Dürfen es aber nicht sagen Weil sie Angst haben Dass sie ihre Bezüge Beziehungsweise ihren Status verlieren So viel Habe ich bis jetzt schon erfahren Ist schon unglaublich Wenn nämlich Einer mit dem Mit dem Ich muss nur zur Seite gehen Da kommt ein Auto Ein Porsche Panamera Werbung Dafür erlaubt sein Wenn Ein Parkinson Richter Hochleistungssport Treibt Ich möchte natürlich jetzt nicht anmerken Welchen Dann heißt das Dass er doch noch zu anderen Leistungen Zu anderen Leistungen Fähig ist Er dürfte nicht diskriminiert werden Aber trotzdem Wird er das Mohammed Ali Meinte Naja Wenn jemand zu mir Nigger sagt Dann kaufe ich meinen Burger woanders Er meinte auch Der Hauptfarbe wegen Dürfte man nicht Diskriminiert werden Deswegen sollte man Diese Hämmer Kommunikation Abstellen Zivilcourage ohne Grenzen Dafür Spreche ich wie Herr Hipp Für seine Kindernahrung Mit meinem Namen Ganz sicher Nachdem ich heute Einen Vorstandssprecher Höchsten Ranges Kontakten durfte Für 15 Minuten Wird das Ein weiterer Kommunikativer Meilenstein sein Um Noch intensivster Mit Managern AD Und deren Kontakten Das Schachspiel Von der anderen Seite Zu betrachten Zu analysieren Um dann Nicht nur Kasparov Zu treffen Peter Leko zu treffen Wladimir Kramnik Zu treffen Sondern auch Die Forscher Der Jugend Für morgen Denn jeder kann Der Nächste sein Der einen Gendefekt Haben kann Wenn aber Aufgrund Des Desinteresses Weil Es eine Minderzahl Derzeit Noch Ist Aber was nicht ist Kann leider Bedauerlicherweise Schnell werden Nicht Interesse Findet Eine Forschungseinheit Zu bekommen Aus diesem Grund Gibt es doch Den ein oder anderen Junior Der Biochemie Studiert Und Dessen Vater Höchsten Ranges In der Industrie Ist Und diese Symbiosen Schaffen Menschlichen Fortschritt Insofern Dass man Erkundet Erforscht Warum Gibt es denn Vermehrt Diese Gendefekte Liegen sie Im Wasser Es gab Einen Politiker Beziehungsweise Einen Journalist Sackte Sackte